Ja, dieses Gewässer, an dem ich hier gerade stehe, auf einem Stein natürlich, ist die Donau. Und der Donaupegel ist sehr niedrig, also diese Steine, die sind normalerweise komplett unter Wasser. Und ich kann ja mal zeigen, wie es hier auf der anderen Seite aussieht. Also das ist so ein Anleger mit einer Möwe drauf, vielleicht auch mit mehreren Möwen. Ja, und das da drüben ist Pescht mit den Häusern da und das ist die Sonne. Das sind ein paar Kirchen. Da ist ein Hügel irgendwo da hinten, wo man rauf kann. Hier sind sehr viele alte Gebäude, kann ich ja mal vergrößern. Da wird irgendwas gebaut. Und das ist natürlich hier ein wichtiges Gebäude, denn da habe ich schon mal ein Video vorgedreht. Das ist das Parlament, das ab 1885 angefangen wurde, gebaut zu werden. Das weiß man natürlich einfach so zufällig. Das war's.